Pass mal gut auf. Schau genau meine linke Pfote an. Komm ruhig, wenn du es näher kommst. Siehst du jetzt meine Pfote? Siehst du jetzt meine Krallen? Wie sind meine Krallen bewegen? Wie ich mich bewege? Wie meine kleinen Ein- und Auswagen? Jetzt weißt du, warum du gut aufpassen solltest. Und jetzt lass mich in Ruhe. Das macht mich, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.